I will be ready. Tag schön, Frigian von Team Hellfish, das bin ich. Und es geht mal wieder weiter mit Horizon Forbidden West in den letzten Zügen vor Finale noch ein paar Reste zu machen. Und ich habe mich entschieden, das Rebellenlager das letzte zu machen. Ich glaube, es ist das letzte. Und dazu muss ich jetzt erstmal in die Basis und mit Eren trainen. Das werde ich jetzt tun. Ne, Singularität will ich nicht. Eren. Okay, aber ich will was anderes. Lass uns Streit spielen. Kann der das jetzt nicht mehr oder wie? Das ist das richtig. Ich habe ihn über die Söhne des Prometheus rausgefunden. Sie haben auf jeden Fall eine Basis. Sie nennen sie Erste Schmiede. Wir müssen sie nur finden. Erste Schmiede? Alles klar, ich weiß, wo das ist. Du hast einen gefunden? Von den Söhnen des Prometheus? Er hat sich als Stöberer ausgegeben, aber unsere Fokuser haben sich verbunden. Als er mich kommen sah, ist er weggerannt. Ich habe ihn erwischt und er wollte seinen Fokus zerbrechen. Aber es waren noch Daten drauf. Eine Menge Orte und Koordinaten. Kennst du dich ja doch schon ein bisschen aus. Bis jetzt wusste ich nicht, was das ist. Gut gemacht. Du kennst mich doch. Technik-Experte. Schick mir die Koordinaten, okay? Jetzt warte mal, Aloy. Ich komme mit. Ashera ist die einzige Mörderin von Ersa, die noch übrig ist. Ich muss dabei sein, wenn sie fällt. Natürlich. Schick mir den Ort und ich rufe dich, wenn ich fast da bin. Wie könnte ich dir das verwehren? Okay. Verabschieden. Ich sollte dann wohl mal los. Wir sehen uns am Treffpunkt. Mein Hammer ist bereit. So ist es mir auch am liebsten. Dazu sage ich jetzt nichts. Triff Errand vor der Schmiede. Ach komm, wir nehmen einfach noch mal ein Schnellreisepaket. Sofern denn noch eins vorhanden ist. So. Gibt es hier ein Feuerchen? Natürlich da nicht. Wir nehmen das hier. Und dann holen wir uns die beiden. Ach, da ist ja noch eins. Oh, noch ein Rebellen aus dem Posten. Egal. Wir machen jetzt das Hauptquartier. Strecken wir die Flügel aus. Oh, oh, oh. Na ja, wenn wir die Feuer haben wollen, dann sollten wir da vielleicht auch mal zwischen landen, ne? Oder zumindest mal drüber fliegen. Lagerfeuer entdeckt. So, das nächste. Mein Unterschlupf. Okay, den hätten wir. Ja, und dann zum Ziel. Laut Ehrend sollten wir Aseras Basis hier finden. Er muss wissen, dass ich hier bin. Mal gucken, was da auf uns lauert. Ich hab doch einen Vogel. Und dann kommen wir da nicht rein. Deine Rüstung. Sie sieht fast aus wie ihre. Ja. Was? Ja. Ey, Leute. Ihr leistet gute Arbeit. Wer bist du? Weißt wir nicht. Wer war, der die Nora gefasst hat? Wer hat nach der Asera sucht? Der bin ich. Ja, wir kennen dich nicht. Das lief gut. Wir sind drin. Das war ja einfach. Komm schon. Das war ja einfach. Wir müssen Asera finden. Und hier alles lahmlegen. Wird nicht einfach, ihren Leuten auszuweichen. Aber mein Hammer ist bereit. Bleib fürs Erste unten. Und folge mir nach. Alles klar. Ei, 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 ei. Und da. Geez. Okay, man könnte von da oben wahrscheinlich runter. Hat der einen Helm auf? Ja, das lassen wir lieber. Mal, ob wir hier durchkommen irgendwo. Da ist ein Loch. Na, es wäre vielleicht gut, das möglichst leise zu machen. Na, mal sehen, wie das läuft. Wir müssen überall suchen, jeden Stein um. Das ist ein Loch, das ist ein Loch, das ist ein Loch. Was ist das? Wir müssen weiter rein. Ah, da sind auch noch welche. Könnte funktionieren. Irgendwo hier war doch noch einer. Okay, zurück. Wieso kämpfst du da hinten schon? Ja. Warum fängst du da hinten auch schon an, dich zu prügeln? Nein, nein, nein. Aber der Spaß ist noch nicht vorbei. Okay. 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 Jetzt sind diese Schwächlinge gerade. Ich habe sie! Feuer! Damit haben sie nicht gelingt. Brot! Wir machen Verluste! Du willst gegen die Gare testen? Ja, genauer den. Könnte ich nochmal zuschlagen? Ja. Ah! 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 Hey, lord. Munition! Trink das Blut in valor! Was? Ach. 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 Ah. ich bin wieder ich bin wieder Nein! Oh! Du mal defloß! Na also. Ich glaube das waren alle. Ich sehe das hier. Boah, sie muss hier irgendwo sein. Ich glaube im hinteren Teil waren Kühlen. Sehen dir mal nach. Okay. Okay. Was war das? Seid vorsichtig, Herr. Asera steht auf Sprengfallen. Und du stehst immer noch auf den Klang deiner Stimme, Herr? Asera. Ich hatte gehofft, du schaffst es hierher nur. Wären meine Männer so kompetent wie du, hätte ich die Karte schon längst aufgelöscht. Eine Schande, dass ich dich töten muss. Schluss mit den Spielchen, Asera. Ich glaube die werden gebraucht. Ich glaube die werden gebraucht. Das glaube ich nicht. Wir müssen da irgendwie durch. Hier komm, mach das auf. Da hätte ich stundenlang suchen können. Hier ist ein Luftzug. Da muss noch ein Weg sein. Nur leider kommen wir da nicht ran. Warte mal kurz. Das sah sehr elegant aus. Was? Manchmal bin ich ganz nützlich. Bist du okay? Was wir haben, ja? Geh weiter. Die versteckt sich ja nur. Was sollen wir jetzt machen? Ich mach das. Du weißt, dass uns wieder die Falle läuft. Wir haben keine Wahl. Kann ich da rüber gleiten? Warum umstoßen? Haha. Da steht es ja. Jawoll. Ist mir nicht eingefallen. Komm schon. Mir auch nicht. Wenn es da nicht gestanden hätte. Stolperdrähte. Ah, nicht das Ehren da durchgeht. Sieht aus wie Maschinenpferche. Maschinenpferche. Okay. Das heißt, da draußen haben wir was zu erwarten an Maschinen. Was ganz schön Geld dauert. Wir lassen dich derweils wirklich vollenden, Asera. Jetzt ist Schluss. Lustig. Das wollte ich auch gerade sagen. Auf in den Kapp. Also dann. In den. auf die schwachstelle gute arbeit und was jetzt der tat weh ja wie gefällt dir das ist wie ein Mann oder eine Frau na also rede mit Ehrend mein Freund soll mit dir reden übrigens du hast noch irgendwas naja ich habe gern geholfen endlich einmal gehen wir zurück geh du voraus ich möchte noch looten ob Asera keine weiteren Überraschungen hinterlassen hat ok bis später dann naja schmiede ich brauche ja jawoll Asera besiegt siehst du wohl jetzt gucken wir uns mal an was es hier so gibt außer Schafe Dickhorn Dickhorn Schafe Asera durchsuchen ganz wichtig an dieser Stelle ein legendärer Bogen hervorragend na wollen wir mal gucken was der kann der ist neu und der ist neu ok den werde ich erstmal aufmöbeln aber das soll es gewesen sein nach dem kleinen Holpera Holpera hier dass mir Ehren weggestorben ist und mir keiner gesagt hat dass das so nicht geht musste ich mal kurz nachgucken und ich werde ein bisschen schneiden meinen Bogen aufmöbeln und dann geht es beim nächsten Mal weiter ich habe gesehen ich habe noch ein Rebellenlager also wird es da vermutlich weitergehen ich danke euch fürs Reinschauen hinterlasst ein Like und ich hoffe bis zum nächsten Mal euer Phrygian Ciao oh pick up the pain